So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Monkey Island, der Special Edition. Jetzt haben wir in der letzten Folge uns mal eine Folge lang mit Piraten rumgeschlagen, paar neue Sprüche gelernt, paar Konter gelernt, und ich würde sagen, wir wagen uns jetzt mal an die Schwertmeisterin. Ja, das wird nix. Du kannst mich gleich mal zur Schwertmeisterin führen. Und zwar machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir sprechen hier nochmal an und rennen ihm dann einfach hinterher. Ja, ich suche den Schwertmeister. Nee, echt? Ja, ja. Ich habe meine Augen auf dich, Weaselboy. Nicht was zu versuchen. Ja, ja. Jetzt schnell hinterher. Da haben wir noch gerade weglaufen sehen. Und zwar jetzt einmal hier rüber. Hier durch. Da wuselt er durch die Gegend. Gehe jetzt mal schnell hinterher. Der alte Mann ist aber noch gut zu Fuß, muss ich sagen. Trotz Haken, Holzbein etc. Naja gut, wenn man so einen famosen Säbel als Geerstock hat, funktioniert das ja auch wunderbar. Ach, da ist es der gewiss, Sparrenhändler. Ach, stimmt. Der ist bei der Gabelung verschwunden. Gut, der ist dann mal hinterher. Einmal hier hoch. Nochmal hier hoch. Dann rüber. Nochmal rüber. Na, komm. Mal etwas furchtig, dass ich nicht wieder aus Versehen aus dem Bild rausklicke. Hier hoch. Ah. Gut, und dann sehen wir auch, also wären wir ohne ihn auch gar nicht, wäre es gar nicht möglich gewesen, dadurch Zufall das zu finden, wie wir es jetzt mit dem Schatz gemacht haben. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Ich zeig nochmal schnell das Original. Ich steig nochmal hier in Eavesdrop. Eigentlich, ich bin hier im Business. Dieser Kind kommt in meine Stärke, siehst du? Fass dich, du kristig alte Lech. Du hast keine Entschuldigung gemacht, nur zu kommen, hier zu kommen und mich beobachten. Ja, ich glaube so. Okay, aber wir wissen jetzt endlich mal, wo die Schwertmeisterin ist. Dann werden wir uns mal netz und höflich vorstellen. Hallo Schwertmeisterin. Sehen wir noch die männliche Form. Wie solltest du den Schwertmeisterin ohne Verzweiflung erreichen? Oh, da haben wir einmal die Schwertmeisterin in Close-Up gesehen. Ähm, ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Ich verkaufe Lederjacken. Hi, ich verkaufe Lederjacken. Hast du einen in Size 3? Natürlich nicht. Weil du nicht wirklich ein Jacketsverzweifler bist. Lass uns ehrlich sein. Du bist hier, um dich zu den Piratenleiterinnen zu prüfen, in der Hoffnung, dass sie jeden Tag so immoral sein werden. Oh, ja. Ja, du hast es direkt auf den Kopf gewonnen. Gee, du bist smart. Ich kann sagen, mit der sarcastischen Exkurs auf deinem Gesicht, dass du vollständig trainiert wurde von Captain Smirk. Ich kann auch von der Meli-Time-Sports-Page, dass du nur zwei Bekämpfe gewonnen hast. Nicht nahe genug, um mein Zeitung zu verhören. Ah, okay, müssen wir doch noch mehr Kämpfe gewinnen. Also macht es doch was aus. Na ja, gut, dann kämpfen wir noch eine Runde. Ich denke mal, jetzt kommen wir aber auch direkt wieder auf die Insel. Also auf die Übersicht. Genau, gut. Und jetzt haben wir hier auch eine Karte zum Schnellreisen. Das ist schon mal sehr schön. Äh, wie viel brauen wir denn? Ich würde nur sagen, versuchen wir mal fünf. Solo-Pirat, komm mal her. Äh, Treewood-Todes-Bla. So. Landratte. Oh, du machst mich, du willst spüren. Du machst mich, du denkst, dass jemand schon tot war. Okay. Da haben wir jetzt auch endlich mal die, ähm... Die Antwort dazu. So, das war hier mit dem Atem. So, mein Schwert würde ich aufspießen wie ein Schaschleck. Der ist schon mal nicht schlecht. Gut, da haben wir, glaube ich, noch nix dazu. Äh... Ja, ich schaudere, ich schaudere. Ich schaudere. Ich schaudere. Uncle, Uncle? Gut, das war schon mal nix. Nächster Versuch. Komm, Pirat. Ähm, angreifen würde ich gerne. Ähm... Was war denn das jetzt? Das mit den Windeln haben wir auch noch nicht, glaube ich. Hast du noch nicht verraten, die Schaschleckung? Ich bin Robber. Du bist Glüh. Gut, weiß auch nichts zu. Ähm... Hier könnte jeder... Genau, das können wir mal nochmal direkt fragen. Vielleicht weiß er da eine Antwort drauf. Ich habe gehört, du war ein kontaktierlicher Schaschleck. Too bad, niemand hat sich überhaupt gehört. Gut, da haben wir ne Antwort drauf. Super. Und Clody zockt ne Runde Magic. Ähm... Jetzt hab ich natürlich nicht auf die... Äh... Antwort... Äh, auf die Dings geachtet. Äh... Wo war'n das mit dem Wiederholen? Hier. Ähm... Können Sie das wiederholen? Ich habe es nicht ganz gut gehört. Ich sagte... Ich habe mit Apes mehr poliert, als du. Ah, okay. Da habe ich, glaube ich, auch nichts dazu. Ich bin Robber, du bist Glüh. Hat sich zumindest gereimt. Du hast die Manners von einem Begeber. Da haben wir auch noch nichts zu. Oh, ja? Mist. Unkel, Unkel! Scheinbar haben wir doch noch einiges zu lernen. Oder kommen direkt die nächsten Piraten? Ach was. Das kriegen wir schon hin. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um zu sterben. So, und dann... Was war'n... Das Landrat haben wir mittlerweile. Das mit den Windeln. Ach, gut. Machen wir erst mal die Banieren des Bettlers. Du hast die Manners von einem Begeber. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Gut, und... Das mit den Affen. Ich habe mit Apes gesprochen, als du. Ich bin glücklich zu hören, dass du deine Familie-Reunion erzielt hast. Okay. Mein Handkerkopf wird dein Blut aufbauen. Da haben wir auch nix... Na, doch noch einiges zu lernen, wie es aussieht. Aber das gehört nun mal dazu. Das ist wichtig. Ich muss nämlich hier, ähm... Beleidigungen und Konterlernen. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um zu sterben. So, nehmen wir das doch direkt mal. Mein Handkerkopf wird dein Blut aufbauen. So, du hast den Job als Janitor, nachher alles. Oh, und direkt eine Antwort dazu gekriegt. Gut. Hast du noch Stolz-Dipern gekriegt? Das wollte ich doch auch noch fragen. Hast du das nicht vor kurzem getan? Jaja, du kämpfst wie eine Kuh. So, ähm... Niemand wird mich verlieren sehen. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht. Gut, und wieder eine neue... Neue Beleidigung gelernt. Und, hallo, auch da oben kommt direkt einer. Gehen wir doch nochmal da hin. Aus dem Weg. Oder ich küsse meinen Weg durch. Aus dem Weg. Nix weg. Schwerzücken. Kämpfen. Taschentuch haben wir jetzt. Ähm... Das haben wir auch. Bauer haben wir. Landrate haben wir. Das mit den Windeln. Gut. Wieder eine neue... Antwort. Jep, da haben wir auch eine Antwort. Und zwar... Wo war das mit dem Nasebohren? Nasebohren, Nasebohren. Da. Ich hoffe, dass du jetzt gelernt hast, zu stoppen, deinen Nasebohren zu spüren. So, haben wir sonst noch irgendwas? Bettler haben wir. Das war das hier mit dem... Keine Worte beschreiben der Hässlichkeit. Es gibt keine Worte, für wie schrecklich du bist. Oh, ja. Okay. Wusste er nichts drauf? Ähm... Junge, bist du hässlich? Haben wir das mit dem Dummkopf eigentlich schon? Ach, komm, mal nehmen wir mal die Land... Ne, die haben wir auch nicht. Guck mal, dass ich jetzt mal erstmal die Sachen abarbeite. Wo waren das jetzt? Affen haben wir. Schwächling, ich gebe auf. Du schimpfst die an Piraten. Junge, bist du hässlich? Junge, bist du hässlich? Junge, bist du hässlich? Junge, bist du hässlich? Ich habe mich verurteilt, dass du sogar versucht, diesen Verurte auf mich zu benutzen hast. Okay, gut. Es gibt keine Worte, für wie schrecklich du bist. Gut, da haben wir ja nichts zu. Oh, ja? Onkel, Onkel! Und wieder verloren. So, einen Kampf machen wir noch. Dann ist es auch schon leider wieder Zeit für eine Folgenpause. Ja, ja, haben wir schon gesagt. Wichtig, weil ich jetzt hier Zeug lernen muss. Mein Name ist Guy Ross Streetwood. Bekommst du, zu sterben! So, so viel sind es, glaube ich, gar nicht mehr. Das mit den Windeln haben wir mittlerweile. Ähm, Manieren des Böttlers. Da, keine Wortbeschreibung in der Hässlichkeit. Und wieder was Neues gelernt. Ah, toll. Du rufst das schnell? Du machst mich so, dass jemand schon gemacht hat. Du machst mich so, dass jemand schon gemacht hat. Ja. Ähm. Das da sind, glaube ich, so 0815-Beleidigungen, die die direkt kontern können. Du hast die Vanieren eines Bettlers. Du hast die Vanieren eines Bettlers. Oh, ihr Rubber! Du hast die Vanieren. Ja, damit hätten wir ihn. Und jetzt gucke ich mal, ob wir das, ähm, was war das mit dem Hund? Ob wir denen das mal noch fragen können. Kebab, Taschentuch, Menschen. Das haben wir alles. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Windeln. Affen. Hässlich. Ne. Haben wir nicht. Wir scheitern erst beim nächsten Mal. Äh, wir könnten eigentlich jetzt das auch nochmal machen. Weiß ich gar nicht. Damit hätten wir ihn. Wow. Du bist gut genug, um den Schwert zu kämpfen, Herr Master. Ah, das scheint wohl ein Hinweis gewesen zu sein. Gut. Dann versuchen wir es in der nächsten Folge mal nochmal. Ich mache hier einen Schnitt. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Seid hoffentlich dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.